ja halli hallo liebe fabrikfreunde ich bin's der tenji und wir spielen heute fabrikmanager 2012 ja ich habe ja wie gesagt in der letzten folge habe ich das ein bisschen verlängert und jetzt sieht man natürlich auch schon das erste problem was in diese krassen schaltkreis fabrik herrscht also alle könnten quasi arbeiten hier unten läuft es auch ganz gut die zwei sachen arbeiten auch das geht eigentlich ganz gut wir haben also ein bisschen mehr auslastung haben wir aber und jetzt sieht man es gerade sehr schön die schaltkreise sind ein bisschen problematisch wie man sieht gehen die gerade mal ein bisschen her ab und zu kommt hier hinten auch mal was an sehe ich gerade aber recht recht wenig so und da ist das wird echt kompliziert und schwierig das so hinzukriegen dass hier das band muss quasi immer voll sein richtig voll muss das sein das wird echt schwierig und deswegen dachte ich mir vielleicht leute versuche ich einfach mal wobei ich mir noch nicht so sicher bin ob das dann dadurch dann auch schon voll wird ich möchte es echt schon verzweifeln ich versuche einen zweiten bahnhof dass ich den verlängern um zwei wagons das heißt aber ich muss das kabel einladen auch zwei wagons machen oder ich könnte auch zwei züge schicken aber das problem ist ja glaube ich hier dass die kisten halt irgendwie voll sind und beim ausladen gibt es ein paar lücken wie man sieht ein paar lücken gibt es hier ein paar kleine lückchen gibt es und ich weiß aber nicht wie das ist wenn das band voll ist wird es wahrscheinlich nicht reichen bis hier hinter ich glaube ich muss hier mit modulen noch arbeiten extra module dass die irgendwie mehr produzieren oder irgendwie sowas müssen wir mal schauen so dass sie auch wirklich alle was bringt mir dieser riesige platz bis hier hinter quasi wenn ich das gar nicht versorgen kann man könnte natürlich versuchen den zweiten waggon die sachen dass man hier irgendwo splittet hier zum beispiel splittet und ein paar von diesen fließbänder dann hier runter bringt ein paar von den kabeln hier hinten runter bringt wobei ich auch noch nicht ganz sicher bin ob das was bringt weil das erste stück das erste stück kabel ist halt immer voll müssen wir schauen ich würde jetzt am liebsten sagen wir warten jetzt einfach mal auf den zug der hier kommt aber so wie ich kenne kajano hat es ja letztens gesagt dass es meistens besser ist wenn ich nicht warte weil dann kann der zug schon kommen ich fahre jetzt einfach mit dem mal kurz runter zur kabel fabrik oder kommt gerade okay das ist leider nicht kabel fabrik einladen okay da fahren wir jetzt mal eben hin und dann schauen wir uns mal das ganze an wie es dort aussieht und versuchen da mal das einladen schon mal auf zwei waggons um zu ändern okay das machen wir liebe freunde ja und dann läuft das richtig gut ich bin gerade ich muss ehrlich zugeben ich habe gerade keine ahnung was ich sonst bauen kann also ich habe jetzt noch gerade keine weitere fabrik im in sichtweite also noch auf dem schirm ich bin gerade ja ich weiß ja gerade wirklich nicht was für die nächste fabrik hä wo fährt er denn hin er sagt kabel fabrik jetzt ist er zur basis user gefahren also ich weiß nicht welche fabrik ich als nächstes bauen soll ich wenn die öl fabrik würde ich ungern weg bringen so dass kabel dass das hat sich wieder aufgelöst das ist gut weil die kabel nicht mehr alles verstopfen das finde ich mal ganz schön müsste aber auch bedeuten dass die kabel irgendwie verbraucht worden sind jetzt machen wir mal kurz hier stop und fahren per hand weiter weil sonst wird er wieder beladen das möchte ich ja nicht so dann kann ich jetzt langsam schon mal glaube ich anfangen zu bremsen ok dann blockiere ich ja jetzt den ganzen weg hier ich blockiere gerade den ganzen weg also werden wir hier mal ganz krass oder auch nicht weil ich jetzt ich möchte den weg natürlich nicht doch doch hier stelle mich jetzt hin so ist ja egal ob ich jetzt hier den weg blockiere fürs einladen hauptsache das ausladen funktioniert so jetzt warte ich ja quasi bis irgendwann der zweite zukommt und muss hier schon mal schauen dass ich den den zweite waggon weil ich bin mir nicht sicher wie weit er dann hier runter reicht ich muss ja hier hier quasi dann noch mal verbinden und verbessern ja und das werde ich glaube ich da erreichen dass ich dann hier so hoch gehe und dann so hingehe so nach unten schiebe quasi so nach unten und hier werde ich wahrscheinlich nicht alle müssen mal schauen gerade ja ich werde das ganze ding einfach nach unten verlegen unter den neuen kisten aber ich weiß gerade nicht wie acht da unten aha da ist er ja schon so ach der kann jetzt nicht da lang fahren nein nicht aber ist das ding doch im weg passt auf ich wollte dann werde ich hier mal ganz schnell damit er nicht im weg ist so und dann fahren wir hier rein gut so jetzt hoffe ich dass der zug mir dann nicht weg fährt sollte er aber eigentlich nicht stopp so den zweiten wagen baue ich schnell klatschen dran und dann sieht man sofort hier könnten locker noch mal die ganze kacke da stehen ich habe ja da holzkisten dritte stehen gehabt kann ich es einfach ich könnte doch einfach so machen fällt mir gerade auf es dürfte funktionieren allerdings nee wir machen es so dieses teil geht hier oben hin so dann geht das hier nach oben geht hier rein danach da und da geht es halt unterirdisch da nun mal hin wo es hingehen soll nämlich darüber ok da rein da wieder raus und dann drehen wir das ganze hier einfach nach unten so huch nicht hingehauen weil ich so weit weg war ok hier das gleiche oh das war der strom der sollte nicht weg ok hier habe ich irgendwann mal wieder rumgeballert ich glaube das habe ich vorhin kurz gemacht als ich pause drücken wollte aber naja kein nichts dafür ich kann nichts dafür das passiert einfach ab und zu einfach so ok dann brauchen wir natürlich Millionen den Knickis kennt man ja ok also wir brauchen das also ich glaube einfach dass wir mehr Kabel auf jeden Fall brauchen das gute ist da können wir natürlich diese Fabrik hier auch nochmal schön ja aufpowern weil da müsste ja auch mehr Kabel produziert werden glaube ich im Endeffekt so das haut schon mal hin schauen wir mal kurz kann denn hier wenn das Kupfer kommt ja es kann quasi alles hergestellt werden so das heißt ähm der kann jetzt von mir aus weiterfahren so der wird dann schon irgendwann beladen werden wir müssen jetzt hier unten genau diesen Zug vielleicht nochmal ein bisschen abändern ich stoppe den mal kurz der hat doch kaum Kupfer geladen ne der hat kaum Kupfer geladen der Sack interessant da könnte ruhig ein bisschen mehr Kupfer drin sein bei dem woran liegt das beim Einladen 30 Sekunden machen wir erstmal 45 Sekunden und dann schauen wir dann einfach mal wir machen mal Play habe ich schon zwei Züge oder nur einen Zug ich weiß es nicht was ich jetzt machen werde ist erstmal hier rausfahren am besten hier direkt drauf dann baue ich das hier erstmal wieder ab wobei das eigentlich ganz praktisch war sorry das ist eigentlich ganz praktisch weil damit kann ich dann Hültes Mitten reingefahren oh mein Gott Junge was machst du dann fahren wir weil ich jetzt mal schauen will Kuckerei, Ölfell, Raffinerie Schaltkreisfabrik Kabel da fahren wir jetzt hin Schaltkreisfabrik Kabel bitte einmal danke und der hinter mir hat mir voll kaputt gemacht ja hat mir kaputt gemacht so dann fahren wir dann zu Kabeln hoch und richten dort quasi dann das zweite Ausladen ein aber ich bin mir echt nicht sicher wir werden das quasi durch die zweite Auslademöglichkeit wenn auch mehr Kabel da sind dann müssen wir dann gucken dass auch mehr Kabel auch hergestellt werden dadurch können wir dann tatsächlich erreichen dass dieses eine Fließband komplett voll wird also es ist dann voll einfach aber man hat dann trotzdem das Problem dass selbst ein komplett volles Fließband reicht teilweise dann wahrscheinlich nicht aus wenn wieso bauen die das hier nicht ab die waren gerade markiert dass sie abgebaut werden aber sie wurden nicht abgebaut das ist komisch mysteriös tja wer weiß wer da seine Finger im Spiel hat was ich sagen wollte noch das habe ich ja letztens glaube ich schon gesagt wenn ich mal eine neue Staffel anfange dann eher mit dem größeren Modpack zum Beispiel halt Ditech oder so nein 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 ach Tenchi hör auf zu labern pass lieber auf was du machst oh Gott jetzt hat er hier einen Haufen Sachen wieder ausgeladen nur weil Tenchi immer zu blöd ist und die ganze Zeit nur dumm rumlabern muss ach Gott wie soll ich das jetzt wieder richtig hinkriegen ich muss da oben aufs Band äh da oben ach wieso labere ich immer so viel scheiße ich komme hier nicht hoch da muss ich extra jetzt eine Ausweiche bauen hier nur damit ich nach oben fahren kann damit ich hier jetzt irgendwie wieder aufs Band komme mhm wie soll das denn funktionieren das funktioniert so nicht so einfach kann man nicht einfach hier hinsetzen und fertig das ist nicht so einfach und ich kann den Zug auch nicht abbauen wow und ich kann den Zug auch nicht abbauen weil der ja einfach weil der ja ähm beladen ist mit irgendwelchen Scheiß und das Problem ist jetzt aber auch wegen den Signalen jetzt muss ich neue Signale setzen äh so ich brauche noch eins so okay ich hoffe das reicht so oh ich habe doch abgebogen jetzt aber komm nach oben so ach Leute das war jetzt peinlich jetzt kann ich ihn wieder aufräumen und der Zug ist mir auch abgehauen ah jetzt ist mir der Kupferzug auch noch abgehauen äh der ja ihr wisst schon Zug okay das wird es interessant weil ich muss den ganzen Scheiß ja auch sammeln ah das war zum Glück nur nur Eisen der hat nur Eisen ausgespuckt kann das sein ach Schwein gehabt so viel mit aufräumen war jetzt doch nicht Glück gehabt ja Kabel sind jetzt einige da ok 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 so wir müssen hier also auch noch ausladen das wird ein bisschen schwieriger jetzt weil hier noch hier auch noch so ein Bahnhof ist den können wir ja nicht wegrücken den können wir nicht wegrücken verdammt ja schauen wir mal also das ist äh Stahlkisten basteln wir mal ein paar Stahlkisten so vier Stück bin mir nicht sicher ob eins freilassen sollte weil hier der Waggon ist eins freilassen müsste das nicht reichen eins freilassen ja wird schwierig den kann ich hier nicht ausladen oh da kann ich gleich zwei Sachen nicht ausladen weil der Bahnhof so fett ist oh und Fließband habe ich ja auch keinen Platz mehr scheiße kann ich echt nur nach oben ausladen das wäre echt kacke selbst nach oben wird es echt Mangel Platz hier oh man da bin ich ja mal gespannt ob ich das hinkriege Leute ich bin nicht so sicher ob das so eine gute Idee war so ein paar Bisse basteln danke okay noch eins bitte nach unten kann ich nicht ausladen das gibt es ja gar nicht hm nicht mal eins nee weil hier ist die Kiste nach unten geht nicht hier könnte ich vielleicht eins ausladen wow eins könnte ich ausladen ja damit habe ich natürlich nicht gerechnet ich habe das vorher gar nicht so bedacht dass man vielleicht auch mal ein bisschen mehr Kupferkabel braucht dafür seid ihr doch da Leute das müsst ihr mir doch sagen oder das hat jemand gesagt ich habe es einfach wieder komplett ähm nicht mitbekommen oh ja da ist er endlich und stopp was man machen könnte ist allerdings sowas hier so mal den Strom umsetzen also der holt sich was raus braucht aber natürlich Ewigkeiten weil er sich so lang machen muss aber er kann was rausholen wenn ich jetzt hier ähm nochmal zwei hin mache so hier ist ja kein Platz ich könnte es so machen ganz äh bescheiden nur damit es einfach schneller ausgeladen wird habe ich echt keine Stahlkisten mehr ne hm ja das ist ein bisschen blöd so aber was soll ich machen was soll ich machen so und so das heißt aber auch bloß dass bloß dieser eine Typ hier auspacken kann dadurch wird es auch nicht schneller aber wenigstens haben wir oben quasi quasi mehr die da was machen können das ist doch schon mal was ok gut dann fahren wir mit denen jetzt doch nochmal mit weil wir müssen jetzt quasi wirklich dafür sorgen ja dass dass mehr Kabel auch produziert werden was das angeht ok dann gehen wir mal Kabelfabrik einladen oder ich mache einfach mal Play kann ja sein dass er jetzt wo auch immer der jetzt hinfahren will ich sag den einfach wo er hinfahren will der will jetzt hier hinfahren so ja wir brauchen mehr Kabel aber es sieht schon ganz gut aus es kommen schon ein paar mehr Schaltkreise das ging schon mal ganz gut jetzt ich glaube ich muss noch eine andere noch ein Signal hier oben setzen bei der komischen hier muss ich glaube ich noch eins setzen hier muss ich glaube ich noch eins setzen naja man kann ja nicht alles haben ok ja ich bin ich glaube ihr merkt schon ich bin so ein bisschen müde heute ich bin nicht ganz auf der Höhe wahrscheinlich vielleicht mache ich dann nicht noch eine Folge da dranhängen ich wollte eigentlich zwei aufnehmen aber ich glaube das belasse ich bei dieser einen Folge ich bin so ein bisschen verpeilt also mehr als sonst wieder normalerweise auch mal verpeilt aber heute ein bisschen mehr als sonst vielleicht liegt es auch daran dass ich momentan auch nicht so ich habe mir gar nicht mal annähernd irgendwie eine Idee gehabt was ich heute machen werde so wie sieht es denn hier aus ok also hier muss definitiv mehr hergestellt werden das bedeutet wir brauchen mehr Kupfer hier und da müssen wir uns einfach um den Kupferzug kümmern weil anders geht das ja nicht weil das bisschen das bisschen bisschen Kabel die hier ankommen ist ein bisschen wenig könnte ruhig ein bisschen mehr sein für meinen Geschmack ich meine gut hier diese eine Kiste ist noch nicht leer ob die leer wird weiß ich nicht 150 ja das 1,5k sind da drin das sind 1,5.000 schon also 1.500 ok das ist schon krass schon krass viel ich weiß nicht ob das auch an die ob das hier auch an den Montagemaschinen liegt aber ich glaube eher weniger das dürfte eigentlich daran liegen dass der Kupferzug einfach zu langsam oder zu wenig hier hoch kommt oder wir produzieren einfach zu wenig Kupfer da muss ich nämlich wirklich mal schauen wie es aussieht mit der Produktion an unserer Schmelze ich wollte die eigentlich mal erhöhen die Produktion fällt mir gerade auf die wollte ich sogar mal erhöhen und ich war gerade am überlegen ob ich noch einen zweiten Zug setze für Kupfer herholen kurz schauen der Strecke sieht man jetzt eh gerade nicht viel hier oben hier wollte ich ja eigentlich noch einladen für Eisen und Kupfer machen würde ich auch machen ok habe ich auch noch nicht gemacht ja jetzt warten wir wieder auf den Zug ich hätte jetzt nicht gedacht dass das jetzt gerade ja so ist dass wir jetzt auf dem Zug warten müssen aber anscheinend da fährt gerade ein Zug los Raffinerie einladen so das hier hier ist ein Einzelner der macht nur Kupfer das hier könnte unser Zug sein rein theoretisch könnte das sein aber an sich ist doch schon ziemlich cool was wir so erreicht haben das ist das ganze Netz von uns hier haben wir unsere Solarfabrik wo die Strom hergestellt wird Kabel Steinbruch hier ist einfach ein Ölfeld hier werden unsere Holz hergestellt also quasi Holz das wird dann hier hochgebracht zur Guckerei das übrigens noch kein Radar hat die Guckerei macht dann Kohle draus das ist ein schönes Netzwerk geworden also Holz wird zu Kohle dann wird sie rübergebracht dann hier wird irgendwo Erze abgebaut die werden auch hier rübergebracht dann wird das geschmolzen wird dann hier hintergebracht das wird dann hier wieder hochgebracht ist ein cooles Netzwerk schon geworden Leute ist schon cool geworden ja gefällt mir schon ganz gut so und wenn da jetzt neue Update irgendwann rauskommt dass man hier vielleicht auch noch die hä nein nein ach nee das war glaube ich der Kabelzug nein das war der Kupferzug ich habe ihn verpasst scheiße heute bin ich echt total verpeilt Leute oh Gott okay ich mache hier einen Cut rein das dauert uns zu lange gibt es ja gar nicht so verpeilt Leute okay da ist er da ist er da ist er schnell 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 stoppen stoppen der haut ja anscheinend richtig schnell wieder ab Kabelfabrik ausladen 30 Sekunden ah der ist schon instant leer Leute der ist instant leer ich glaube tatsächlich da gibt es gar nicht viel zum Einladen das kann nämlich echt sein wir fahren mit denen einfach mal mit und dann schauen wir mal ähm was denn da das große Problem ist dort beim Einladen vielleicht wird einfach zu wenig hergestellt so 45 Sekunden zum Einladen hat er und trotzdem kommt er total leer angefahren das ist doch komisch das ist doch komisch so hier habe ich noch einen Haufen Eisen drin cool nehme ich mit Eisen kann ich immer gut gebrauchen hm so dann schauen wir mal was da jetzt abgeht da oben das würde mich jetzt echt mal brennend interessieren der düster lang wie ein angesenkter Sau perfekt so muss das sein der ist immerhin leer wenn er leer ist muss er auch eigentlich schneller sein so hier geht es jetzt los es ja ich sehe jetzt schon das ist eigentlich gar nicht so viel es ist doch gar nicht so viel da Leute es ist leer ja wir müssen mehr Kupfer produzieren sieht ja sieht ja ziemlich gut aus aber es ist es ist nicht wirklich gut we need more Leute we need more hier haben wir eigentlich genug Erze alles super was wir brauchen ist hier Hochofen das wollte ich ja eigentlich schon mal angehen habe ich komplett vergessen Stahl Lichtbogen und wo ist der Hochofen Kokerei Hochofen da brauche ich Silberplatten genau das war glaube ich das einzige Problem ich brauche Silberplatten für den Hochofen und das war es eigentlich schon das müsste eigentlich alles dann schon beschleunigen hier ist Kohle der fährt zur Kokerei und der da unten wo fährt der hin Basis haha schnell 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 ok Basis ausladen da fährt der hin und der ist zum Glück fast schon immer voll so wie es aussieht da sind jetzt tausend ja Kupferplatten drin und der da hinten der will auch nur ein paar Eisenplatten ok gut dann fahr mal los ich habe nicht ewig Zeit fahre mich zur Basis da holen wir ein paar Silberplatten und dann machen wir noch die Hochöfen rein wenigstens etwas heute noch irgendwas Produktives gemacht irgendwie komme ich zu nichts mehr habe ich das Gefühl irgendwas ist in letzter Zeit los jetzt bremst der auch noch kann ich einfach abspringen nein ich bin abgesprungen hat er mich gleich überfahren oder sowas nein Autosave ok habe ich hier schon gebaut ok so kannst du zur Tankstelle fahren einfach mal nur für mich klar fahr zur Tankstelle wir haben also nicht viel verpasst die haben wir aufgebaut ich weiß jetzt aber leider nicht ob ich jetzt hier oben das schon gebaut habe ja doch hier ist irgendwie ist hier was da habe ich dann anscheinend auch schon gebaut das war also wo ich gewartet habe quasi gut perfekt ist nicht viel passiert ich würde eigentlich hier aussteigen aber das war dann doch zu schnell anscheinend ach ach Tenji was ist nur los mit mir so jetzt aber jetzt ganz schnell hä wo ist denn mein wo ist mein ähm mein Belieferungszug habe ich den oben stehen lassen ich glaube den habe ich oben stehen lassen ok interessant mein persönlicher Zug ich habe ihn einfach stehen lassen so dann laufen wir hier runter ich hoffe dass wir noch ein paar Silberplatten haben Silberplatten waren ja glaube ich hier hinten 50 Stück brauchen wir also nehmen wir uns 100 mit und müssen uns jetzt eigentlich zwei Hochöfen bauen können äh wenn ich sie hier ein Hochofen weil ich brauche 50 Silberplatten ah jetzt sehen wir Kupferplatten und Kupferplatten werden wir nicht angeliefert sehe ich gerade also holen wir sie uns selbst vom Band hier werden ja nicht mehr verbraucht kann man ja mitnehmen und bauen uns noch einen Hochofen und da fahren wir jetzt wieder zurück und dann stellen wir die auf und dann haben wir wieder Überlänge wo irgendwie nichts passiert ist interessant krass ich weiß auch nicht wie ich das immer hinbekommen ich schaff's einfach so der wird doch bestimmt da hinfahren wo ich denke wo er hinfährt perfekt äh ich muss ihn nur schnell erwischen na kam ein paar Schaltkreise gerade an so gut du lädst jetzt aus hier ist eh alles verstopft quasi hier die sind voll nur die zwei hier hinten arbeiten gerade ein bisschen na komm ach der fährt eh schon los sehr schön da sieht man mal hier ist nicht so viel los Kupferplatten dürften eigentlich sowieso stagnieren weil die werden ja kaum verbraucht und dann bauen wir jetzt wenigstens noch die Hochöfen hin damit wir nicht etwas geschafft haben so wie gesagt hier beim Einladen Eisen und Kupfer hätte ich echt mal einzeln machen sollen aber naja so einen Hochofen habe ich schon jetzt die Frage wie setze ich den hier am blödsten dran hier ist ja das Zeug was rauskommt das ist das was rauskommt und rein muss ne muss ja eigentlich bloß das hier okay dann könnte ich eigentlich Soja bauen so dann ist er direkt angeschlossen und ich muss eigentlich bloß hier noch diese Dinger setzen die Fließbänder ein bisschen ach so ich habe hier noch einen Knick drin quasi okay kein Problem den Knick kriege ich auch nochmal rein der müsste hier sein ne genau hier an der ne der ist sogar weiter oben noch wobei da natürlich alles man kann das nicht so einfach kopieren so ach und das sind intelligente Knickarme ja intelligente Knickarme du da du da hey ah hier ist noch der der Hangar auch nochmal weg machen so der Hangar den setze ich hä weil hier habe ich einen Hangar gemacht ach so damit er hier oben hinkommt und der Hangar ist einfach nur hä ach so Leute ich brauchte zwei nur deswegen naja hat doch nicht mal Strom hier damit er hier oben an die Kisten rankommt nur deswegen habe ich einen hingesetzt gehabt naja okay dann hier nochmal ein bisschen verlängern für die Kohle und hier auch nochmal verlängern für das andere Zeugs und dann müssen wir wahrscheinlich dann das gleiche machen hier ist die Ecke hier ne ja klick 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 und klick intelligente Knickarme kommen jetzt dran einmal da hin da da wie viel haben wir denn da komplett voll okay hier drüben ist dann was drei Kohle habe ich bloß gemacht okay okay da brauche ich keinen Intelligenten da kann ich auch normale nehmen aber ich kann mir gerade nichts mehr anderes leisten dann bin ich schon alles weggebaut so und so dann was habe ich denn da hier ist ganz schön dunkel da habe ich Lichter einstecken natürlich habe ich keine einstecken äh also hier habe ich quasi was ist das Stein Kupfer also ich glaube drei Stein und drei Kupfer habe ich gemacht ich verstehe also das ist jetzt drei Stein drei drei oder Kupfer ich weiß gerade nicht kann die Farben nicht so auseinander halten und hier drüben dann das gleiche eins zwei drei eins zwei drei und hier ist übrigens noch Licht verbunden oder ach hier ist ein Baum ah ist alles verbunden okay gut dann noch ein bisschen Strom gesetzt denn Strom ist ja wichtig okay und hier in der Mitte müssen nochmal drei Kohle sein ja müssen wir jetzt einfach mal selbst zuordnen dass hier Kohle reinkommt okay und dann wird hier geschmolzen Kupfer und hier wird geschmolzen Eisen so und jetzt wird das richtig fett abgebaut und wird dann auch hier sich hoffentlich widerspiegeln dass einfach mehr rauskommen von dem Zeugs sieht man ja wie langsam die quasi sind und man kann ja nichts verstärkt reinbauen also es geht nur so ja und dann kann man vielleicht sagen dass hier irgendwann der Tank voller wird und wie man sieht es funktioniert der Tank wird schon voller was bedeutet dass diese eine Schmelze hier der Schmiedeofen nicht mehr ausreicht um alles zu schmelzen also ja sehr schön dann kann man nämlich den nämlich anmachen kann aber Sinn dass es jetzt nach hinten losgeht wenn ich Pech habe werden wir sehen schauen wir uns an der Tank wird jetzt natürlich wieder leer was der wird immer noch nein der bleibt krass okay sehr schön so jetzt kriegt man richtig viel Kupfer hier jetzt kriegt man hoffentlich genug Kupfer auch um oh ich habe den nicht fahren lassen doch ich habe den fahren lassen okay ja und dann wird jetzt hier hoffentlich mal ein bisschen Kupfer auch reingeschmissen für die Leute die das auch brauchen okay so verpiss dich mal was ist das für einer überhaupt wo fährt der hin Raffinerie Kabelfabrik ach das ist der Kabelfabrik Zug hä die haben ja trotzdem wieder Eisen reingemacht obwohl ich eigentlich verboten das Eisen rein zu machen aha ihr Schweine gut da haben wir wenigstens ein bisschen was hinbekommen das wir hier ein bisschen mal verbessert haben jetzt müssen wir natürlich beobachten ob das hier die ganzen Erze und so ob das überhaupt ausreicht weil kann natürlich sein dass das jetzt alles ausgeht gut dann würde ich sagen ich war der Tenschi hier von Sudoops Kanal wir sehen uns dann beim nächsten Mal bis dann Tschüssi bebe tschüssi 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 Vielen Dank.